Es sind jetzt drei Jahre vergangen. Wir haben jetzt von null Assets auf der Plattform und eigentlich keinem der unserer Geschichte geglaubt hat. Wir haben mittlerweile einen guten Ruf am Markt. Wir haben 2800 Assets online. Wir sind cash positiv. Wir haben 32 Mitarbeiter. Wir machen über zwei Millionen Euro Umsatz. Es ist eine wahnsinnige Entwicklung. Wir haben, seitdem wir den PropTech Award bekommen haben, ein höheres Bewerbungsvolumen. Es hat sich offenbar auch außerhalb Deutschlands herumgesprochen, dass wir halt nicht nur ein cooles Produkt bauen, sondern tatsächlich auch mit einem coolen Team zusammen an dem Produkt bauen. Architekt macht virtuelle Avatare. Man muss sich vorstellen, dass jedes Commercial Real Estate oder jede Gewerbeimmobilie einen virtuellen Zwilling im Internet bekommt. Und wir ermöglichen somit deutlich schnellere Ankaufsprozesse, eine deutlich schlankere Bestandsphase und einen viel schnelleren Verkauf, indem wir in all diesen neuralgischen Punkten, wo eigentlich der Asset Manager Bedarf hat, die richtigen Dokumente und die richtigen Daten zur Verfügung zu stellen, diese in einem virtuellen Zwilling auf der Plattform schon bereithalten. Das heißt, wir sehen uns ein bisschen als der Enabler einer digitalen Immobilienwirtschaft. Die Herausforderung heutzutage ist nicht mehr, den besten Algorithmus der Welt zu haben, sondern den Algorithmus zu haben, der perfekt auf das Problem passt und das beste Produkt drumherum, wo der Algorithmus am besten zur Entfaltung kommt. Zur Gründung wurde Architrave als Dokumentenmanagementsystem konzipiert. So haben wir angefangen. Wir haben aber in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass die Leute wissen wollen, was in ihren Dokumenten drinne steht. Das heißt, es geht da jetzt darum, wie kriegen wir die Informationen aus den Dokumenten raus. Und das kann man in der Masse nur über künstliche Intelligenz machen. Hinter künstlicher Intelligenz stecken oft komplexe Algorithmen. Wir verpacken das aber so, dass für den Kunden schlussendlich eine kompakte und einfach zu handhabende Lösung dargeboten wird. The main part of the front end is the cockpit. That's where our users arrive and from there they can go anywhere in our application. From there, for example, you can get information about assets, you can go to an asset and manage its documents and you can even manage Q&A processes. Am Anfang hatten wir keine Kunden, eine Menge Ausgaben und natürlich Panik. Wir hatten Sorge, dass das vielleicht doch nicht fliegt. Das ist mittlerweile komplett vorbei. Wir haben mit der BEOS AG und Union Investment jetzt die strategischen Partner gefunden, die uns helfen, die Plattform als Standard im Markt zu etablieren.